Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück zu meinem Tomb Raider zu Let's Play Underworld. Oh Gott, es tut mir so leid. Das hier ist jetzt die zweite Aufnahme-Session von diesem Spiel. Also das erste Mal, dass ich praktisch eine neue Aufnahme beginne seit diesen ersten paar Debakel-Folgen und es tut mir so leid. Und ich habe schon bei der Bearbeitung gesehen, ach du Scheiße. Ja, Box oben links richtig groß, problemlos zu sehen. Marco so, warum macht ihr nicht mal einen Hinweis? Das Problem war nur, ich hatte das aufgenommen und es war mir so peinlich, dass ich... Was ist der Knopf G, oder? Es war mir so peinlich, dass ich sogar... Cool. Es war mir so peinlich, dass ich sogar darüber nachgedacht habe, es komplett neu aufzunehmen, aber das war so wenige Minuten, bevor ich versprochen hatte, es hochzuladen. Also, bisschen problematisch. Und dann wiederum, es ist ein Let's Play. Also, bin mir nicht sicher, ob ihr bei einem Let's Play wollt, dass die ersten sechs Folgen praktisch neu aufgenommen worden sind. Hm, ich weiß nicht. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir erst gedacht hätte. Aber dieses Mal wird alles besser. Alles wird besser. Spiel, wenn ich dir sage, dann musst du das doch auch machen. Dann musst du doch auch. Ah, ich verstehe. Das A, Schwerkraft. Ja, und Flummi. Nee, nee, ich verstehe. Ich muss auf dieses Ding drauf, offensichtlich. Komm, lass mich dich mal besteigen. Komm, du geile Schnur. Schnur? Nee, es ist ein... Es ist was anderes. So, darüber und hinauf dort. Alles klar. Muss ich nicht... Was lag da? Muss ich nicht in die Richtung weiter? Ach, kann ich ja auch. Okay. Lol. Ziehen wir mal das Ding aus der Wand. Also, hätte ich jetzt vermutet. Okay, es ist zum Rüberschwingen. Yay. Bling. Das erinnert mich gerade irgendwie an Anniversary. Keine Ahnung. Der ist gerade gehört. Es sieht aber immer noch ziemlich lebendig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und vor allem ziemlich böse. Okay. Wir haben einen neuen kleinen Teilbereich des Levels entdeckt. Erstmal alle Vasen zertreten, lol. Wisst ihr, wegen Archäologie und so? Alte Dinge werden nicht mehr erforscht, sondern einfach zertreten. Da muss man sie auch nicht mehr erforschen. Wir haben den Prozess, den Arbeitsprozess von vielen Archäologen damit vereinfacht. So, hinauf dort. Hm. Kann ich da drauf? Ja. Dann rüber auf die Säule, würde ich vermuten. Aber... Lara, dieser Sprung gerade war... Unmöglich, aber okay. Mach ruhig deine unmöglichen Sprünge. Ist ja nicht so, als will ich in 99% eher den möglichen umsetzen. Okay. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich da hochkäme und was... Ach so. Vielleicht weiß ich es doch. Hallo? Hallo. Da hinauf. Ja, okay. Dieses Mal wollte ich den unmöglichen. Aber dieses Mal, Lara. Nicht immer. Und das bringt mir jetzt was? Kann ich ihn da hoch? Hätte ich jetzt mal vermutet. Nope. Sieht... Nicht so aus, als wäre es möglich. Okay, dann gehen wir in die andere Richtung. Da war er ebenfalls noch... Was... Ähm... Genau. Ich glaube, ich muss da draufhüpfen und dann da dran. Kann das sein? Nope. Okay, da kommen wir schon mal nicht... Oha! Ähm... Wir sehen uns sofort wieder. Ich hab jetzt mal die Mausempfindlichkeit rapide runtergestellt, weil einige Zuschauerleins haben sich darüber beschwert, dass die Maus sich so schnell bewegt. Und ja, jetzt sollte es besser sein, vermute ich mal. Ich kann sie zwar jetzt nicht mehr steuern, aber wenigstens sieht es gut aus. Nein, es geht schon. So. Das hier ist doch schon um einiges besser, was? Ja... Ja... Damit man drauf steht. Ja, Zuschauerlein. Das ist mir auch schon bewusst. Ich frage mich nur, wohin ich dadurch kommen soll. So, hier dran bin ich. Das müsste ich praktisch nur... Das Problem ist, dass ich nicht irgendwie in eine Richtung springen kann. Ah, da oben. Da oben ist, glaube ich, was, wo man sich festhalten kann. So, dann lass dich mal wieder hier runter. Lara. Okay. Nein, das war nicht, wo ich hin wollte. Komm, geh runter. Bringt ja nichts. Drauf kann ich auch nicht. Nee, ich kann nur zur Säule. Von hier aus kann ich nur zur Säule. Da muss ich auch nichts anderes probieren, um ehrlich zu sein. Das ist das einzig Mögliche. Okay. Jetzt hatte ich die Vermutung, da oben hoch zu müssen. Ah, die... Oder? Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. So, wollen wir mal hier hoch? Und springen dann von Wändchen zu Wändchen. Ah! Was ist das? Was ist das? Verdammte Steuerberater. So, ähm... Steuerberater erscheinen in Spielen immer in der Form einer Fledermaus. Ich glaube, ich hab da irgendwas auseinandergebracht. Egal. Hm. Jetzt bin ich ein wenig... Ah, vermutlich muss ich einfach nur an die Kante. Jep. Die Kante der Münze. So, dann wollen wir mal die Kante der Münze. Ähm... Sag mal, wohin will ich eigentlich am Ende ankommen? Befrag ich jetzt mal so... So frei in den Raum hinein. Kann ich da runter? Oh, boah, fick dich! Bringt aber sowieso nichts, weil man da ja nur wieder runterkommt. Ich hätte auf diese Säule gemusst, oder? Ich hätte auch von diesem Balken, auf den... Na, okay. Wir machen's nochmal. War ja nicht, äh... Anstrengend oder so. War ja keineswegs eine lange Reise. Eine Range leise. War eher eine Range laut. Und... So. Äh... Runter hier. Und dann einen auf Walljumping machen. Eyo, Leute, ich kann voll cool Walljumpen. So. Danke. Hier ist übrigens... Licht. Cool. Nein! Lara. Dü, 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 dü. Lass dich fallen! Okay. Da unten hin will ich. Da unten dran. Besser gesagt. Um die Ecke komme ich nicht. So. Geht das? Ja, super. Hat großartig funktioniert. Ich hätte nach hinten springen müssen. Nöööö. Okay, die nächste halbe Stunde geht dann auf diesen Raum drauf. Gerade jetzt, wo ich gesagt habe, ich werde mich bessern. Glaubt mir. Und dann... Und dann schon wieder alles kaputt machen. Die Störung ist nicht schlecht. Ich bin schlecht. Habt ihr gehört? Ich hab doch in die Richtung geguckt. Lara? Hast du ein Problem damit, in Richtungen zu springen, die ich dir angebe? Ja, du Angeber. Warum hast du eigentlich so eine tiefe Stimme? Ich weiß nicht. Okay. Super! Mann! Da denke ich mir so, jetzt baue ich irgendeinen super coolen Witz darum, dass Lara plötzlich eine tiefe Stimme hat. Und dann wird daraus nur, okay. Okay. Ich denke, ich bin so angeschlagen von meinen bisherigen Erlebnissen in diesem Spiel. Ja, ihr werdet mich morgen in einer Psychiatrie wiederfinden. In welcher sage ich euch natürlich nicht, Frage zu privat. Aber in irgendeiner sicherlich. Okay, jetzt von hier aus... Nee. Geht doch. Und jetzt los, Lara. Bespringe diese Säule. Siehst du nicht, wie... Wie spitz sie schon ist. So. Dahin. Ich würde vermuten, dass es in die Richtung was gibt. In die aber auch. Okay. Gehen wir erstmal nach rechts. Ähm... Gehen wir nicht nach rechts? Doch geht. Wo uns ein kleines Secret erwartet. Sollte, ich... Ich habe die ganze Zeit hier auf euch gewartet. 50% der anderen Spieler lassen mich liegen. Doch du bist zurückgekommen. Marco, ich bin dir dankbar. Wieso sprechen Secrets mit diesem spanischen Akzent? Und wieso ist dieser spanische Akzent... So ziemlich jeder Akzent, den ich kenne, aber nicht spanisch. Ich weiß es nicht, Marco. Ich kann ja auch nichts dafür. Warum hast du so eine hohe Stimme? Ah ja, solche Leute. Okay, ähm... Hoch da. Ich denke, wir können auch direkt weiter hoch und dahin und... Und alle sind glücklich. Sarve Point. Okay. Vielen Dank. Somebody save me. I am a safe game. Wetten, hier ist wieder nur ein Secret? Nee, es ist ein Safe Point. Sie würden ja nicht speichern. Da ist doch was. Lara, drehe ich mal kurz in diese Richtung. Sei kein Frosch. Da ist definitiv irgendwas. Da hinter den Gräsern geht es doch weiter. Kannst du so reinhüpfen? Nee. Hm. Strange. Nun denn, meine Freunde. Ist doch nicht euer Ernst. Steuerberater ist mal wieder. Oh, oh, oh. Stirb, Kameramann. Nein, Lara, tu's nicht. Warum sind aus dem Kameramann gerade Steine gekommen? Egal. Ich benutze schon seit mehreren hundert Jahren diesen steinernen Kameramann. Er funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Nämlich gar nicht. Jump. Bling, bling. Ich liebe dieses Geräusch. Ich habe Kommentare bekommen, dass dieses Level hier wohl zu den schwereren oder zumindest unbeliebt darin gehört. Und so langsam glaube ich, dass ich verstehe warum. So, wir müssen hier rechts genau. Das ist immer diese, diese, dieses offensichtliche LOL hier kannst du weiter dahin machen. Nur damit ich dann rausfinde, dass ich es doch nicht kann. Wieso gibt es diesen zweiten Layer? Was ist denn da oben los? Alter. Lara. Ja, guck mich an. Oh, was ist dies denn? Ist dies der Boden? Kameramann, dreh dich mal selbstständig in irgendeine Richtung. Ähm, nicht. Ah, nach oben wahrscheinlich, oder? Yep. Und hier haben wir an dieser Stange ein neues Zuhause gefunden. Lara macht mir ein Sandwich. Ich wollte eigentlich nicht abspringen. Ja, okay. Lara, du hast das Sandwich fallen gelassen. Ich habe es schon wieder getan. Wir sind erst bei 17 Minuten, Zuschauerlein. Wie, wie. Wir werden heute bestimmt noch weit kommen. So, jetzt gebe ich mal Gas. Ähm. Jetzt erst, ne? Ich glaube, jetzt fange ich mal an, gut zu spielen. Ähm. Dahin. Nein, nicht runterfallen lassen, Lara. Nicht runterfallen lassen. Da unten ist nichts Schönes. Da unten sind nur irgendwelche Gravitationsmonsterlein. Die dich, die... Dich dauernd zu sich herziehen wollen. Voll die religiösen Gemeinschaften. So. Wollen wir mal hier diesen letzten Splüng wagen. Spl-pl-plüng. So spricht man das aus. Auf mal konisch. Okay. Weitere Vasen warten auf ihre Vernichtung. Und raus kommt doch nichts. War praktisch die Zusammenfassung der letzten Aufnahme gerade. Und raus kommt doch nichts. Hallo. Tschüss. Sorry. Sorry, aber ich töte gern Krokodils. Die ganzen Tierschütte jetzt so. Nein. Und ich so. Ha ha ha. Blü, blü, bling. Du hast die große Heldentat gebracht, in diese Ecke zu gehen. Deshalb erhältst du nun ein Geheimnis. Ah, das war doch... Ah. Langsam wird ein Schuh draus. Das Problem ist, ich hab Schuhe. Ich brauche also keine. Okay. Irgendwas haben wir jetzt bewirkt damit. Was war das denn? Mach das nochmal, Lara. Nee, sie kann's nicht mehr. Menno. Lass los. Ups. Sorry. Ich wollte eigentlich zu den Pistolen greifen. Und auch der Fledermaus da oben kurz den Gar ausgemacht. Ich hab keine Ahnung, wieso Lara so gut zielen kann, aber... Medipacks erwarten mich. Irgendwo ist eine bessere Welt, wo mich Medipacks erwarten. Milch und Honig wachsen im Supermarkt. Ah, Moment. Das ist ein Rätsel. Okay, Leute. Das ist ein Rätsel. Wenn ich das hier nehm' ich jetzt... Wie verändert sich der Stand dann? Er geht einfach nur hoch. Und der zweite Arm... ...geht mit hoch. Was will ich? Was ist das Ziel dieses Rätsels? Ähm... Ist das Ziel vielleicht, dass ich beide... Ich mein', das hier war der Ausgangszustand. Das kann ja nicht das Ziel sein. Und jetzt geht er einfach wieder runter. Ja, wird nichts mehr angezeigt. Wird also genauso verlaufen wie eben, vermute ich. Nämlich, dass die Hand einfach nur noch... ...mal runter geht. Ich komm' hier nicht wieder hoch. Wenn ich mich jetzt runterfallen lasse. Ich kann nicht zurückkehren. Deshalb sollte ich vielleicht... ...mal kurz die Augen offen halten. Aber ich seh' soweit wirklich nichts. Wir haben... Wir konnten nur uns da drauf... Oha, aber... Was? Woher kam das Ficht denn? Wir konnten uns nur da drauf fallen lassen. Wir konnten nichts anderes tun. Also würde ich vermuten... ...wir müssen jetzt tatsächlich dann auch wieder runter. Kann ich hier irgendwas erreichen, was vorher unerreichbar war? Sieht nicht so aus. Okay. Bringt es mir jetzt was? Wirst du gerade angeleuchtet? Das hier hab ich bisher nicht verstanden. Es fehlt ja auch noch die andere Hand. Dann würde ich sagen... ...begeben wir uns mal zur... ...zure anderen Seite der Statue. Versuchen, schauen, ob wir diese Hände auch runter bekommen. Ist das hier die andere Seite der Statue? Ich glaub doch eher, dass es... ...das führt zu dem Raum, in dem ich gerade eben war. Ja, klar. Okay, das bringt nichts. Und wo lande ich, wenn ich weiterlaufe? Deine Schritte hören sich sehr seltsam an, Laura. Hä? Ach so. Ach so. Hm. Das heißt, um jetzt nochmal hochzukommen, müsste ich denselben langen Gang wie gerade eben absolvieren. Wäre dann aber, oder? Kuh? Ah, Kuh! Kuh hat auf mich gewartet. Es ist ein freundliches Kuh, das hier stattfindet. Äh? Moment mal, aber wenn mich das doch einfach wieder hier hinführt... ...dann war doch der gesamte Abschnitt, den ich in den letzten 20 Minuten gespielt habe... ...vollkommen sinnlos. Ähm... Ja. Ja. Weil die Sache ist, dann hätte ich doch auch direkt von da unten aus einfach hier rüber zu... ...zurück... Ach, das geht wahrscheinlich nicht. Vermute ich jetzt mal. Weil sonst ist das ein bisschen komisch. Aber okay, das war die eine Seitenkammer. Ah! Ich bin so dämlich, ja? So dämlich. So, jetzt können wir uns dieses Teil da einsetzen. Wo auch immer ich das herhabe, aber Hauptsache wir setzen es ein. War's das schon? Ich glaube ja. Und jetzt, äh, versetzen wir die ganze Statue wieder zurück. Langsam wird ein Schuh draus. Äh, erneut. Ich trage Schuhe. Ich brauche eigentlich keine, aber okay. Lol. Äh, ich habe irgendwas getötet. Ach, Moment. So, mal sehen, ob dort oben dann was Besonderes passiert. Ja, der Winkel ist sehr wahrscheinlich. Okay. Wir haben Lichtquelle Nummer eins. Ich habe jetzt da oben diese Seilwinde... ...gesehen. Und frage mich, ob ich da drauf schießen kann. Lass mal sein. Nicht, dass da wieder so ein Tumbleweed entsteht. So, runter da. Ich vermute, wir müssen das Licht jetzt einfach in, äh... ...in ihr... ...drittes Auge kriegen, praktisch. Und dann tun wir das doch mal. Du, meine... ...kleine liebe Statue, ...bewegst dich nun bitte hier hin. Ähm, bitte weiter auf dem äußeren Kreis. Äh, so. Sie ist in die falsche Richtung gedreht. Okay. Bist du auch in die... ... ... ...hah. Wenn ich dich jetzt so weiterschiebe, ...guckst du gleich genauso wie sie. Aber wenn ich dich über die... ...über die Mitte bringe... ...ja genau, ich hab's, ich hab's. Okay, das Rätsel war einfacher als erwartet. Wir müssen die Figur vermutlich einfach nur über die Mitte bringen, ...um ihre Ausrichtung in Relation zum Kreis zu verändern. Ja, das ist die wissenschaftliche... ...ääh, diese Erklärung. Äh, du bewegst dich jetzt aber erstmal besser hier in die Richtung, ...weil da wird ja gleich blockiert sein. Lol. So. Drehen wir dich weiter, beziehungsweise schieben. Drehen wär jetzt nicht so klug. Ähm. Du hast das Ding auf der falschen Seite. Du wirst nicht vom Lichtstrahl getroffen. Oder? Der Lichtstrahl landet hier. Äh. Okay, ich versteh's. Wir müssen diese Figur... Seht ihr? Die beiden stehen sich gegenüber, gucken sich an, ...aber sie haben das Ding in der gleichen Hand. So. Das heißt, wir müssen... Äh, die sind nicht identisch, die sind gespiegelt. Und wir müssen diese Figur... ...jetzt mal eben kurz hier rüberziehen. Und dann wird auch alles richtig sein. Ziemlich schönes Rätsel. Mit einfachen Mitteln kompliziert gemacht. Yeah. Jetzt... ...bitte kurz aus dem Weg. Das wär sehr freundlich. ...ohne dich noch ein wenig in diese Richtung. Okay, da war's grad. Alles klar. Geht jetzt... ...direkt in das Auge. Kann ich damit irgendwas machen? ...sieht nicht so aus. Ha. Müssen beide Statuen involviert werden? Ich frage mal so. Ja, vermutlich. Weil sonst hätte das mittlerweile funktioniert. Sonst wäre irgendwas passiert. Okay. Äh, vielleicht aber auch nicht. Ich ver... Ah. Hm. Nö. Ah. Ich... Ich hab's gerafft. Ihr müsst nicht ausrasten. So, wir haben jetzt nur einen Lichtstrahl, den wir auf das Auge lenken. Wir brauchen aber noch einen zweiten. Da oben rechts. So, der rechte Lichtstrahl soll euch... ...soll uns also hold werden. Und um Zugriff auf diesen zu erlangen, würde ich vermuten, dass wir erstmal hier hoch müssen wieder. Nach oben, nach... Nee, ich zur Seite. Nach oben. Oben. Dort oben wartet die Freundschaft. So, und jetzt müssen wir dieses Ding nämlich nach unten bewegen. Das ist das ganze Rätsel hier gewesen. Okay, wie krieg ich dieses Ding nach unten? Ich habe zur Verfügung ne Kiste. Krieg ich die Kiste nach oben? Ei, erstmal muss ich feststellen, dass ich die Kiste ja zumindest mal nach unten bekomme. Muss ich das Seil abschießen? Muss ich einfach nur das Seil abschießen? Nee, dann mach ich doch den ganzen Mechanismus kaputt. Muss ich das Seil da oben abschießen? Wenn, dann geht es von hier aus nicht. Okay, jetzt wo ich zumindest mal weiß, was mein Ziel ist und wonach ich Ausschau halten muss, sollte das Ganze ein bisschen einfacher sein als... 29 Minuten, sag mal, spinnst du? Okay, Leute, das war für heute eine etwas längere Folge. Wir sehen uns morgen. Nee, ich dachte mir halt so, okay, überziehst du mal so auf 22 und seitdem habe ich nicht mehr auf die verpflegste Uhr geguckt. Und naja, wir sehen uns morgen. Die zweite Hälfte dieses Raums, nachdem ich es endlich gerafft habe, wird dann auch erledigt. Bis dahin, tschüssi!